Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die unabhängige polnische Gewerkschaft Solidarität darf nach sieben Jahren im Untergrund wieder legal arbeiten. Ein Warschauer Gericht machte heute amtlich, was Regierung und Opposition vor zwei Wochen bei den Gesprächen am runden Tisch vereinbart hatten. Sie ist wieder da, offiziell und legal. Die unabhängige polnische Gewerkschaft Solidarität. Beifall für Professor Geremek, einen der engsten politischen Berater Wawensas. Die Registrierung von Solidarität heute vor dem Warschauer Wojvotschaftsgericht ist auch sein Erfolg. Unter den Zuschauern die deutsche Journalistin Marion Kräfin-Dönhoff. Juristisch ist es eine Neuzulassung, keine Wiederzulassung. Der feine Unterschied ist ein Zugeständnis an die Regierung, um ihr Gesichtsverluste bei der Legalisierung zu ersparen. Etwa 200 Zuschauer quittierten den Rechtsakt, mit dem die Gewerkschaft nach siebenjährigem Verbot wieder die politische Bühne betritt, mit Solidarność rufen und sangen die polnische Nationalhymne. Auf einer Pressekonferenz verlas der Sprecher der Gewerkschaft eine Erklärung Lech Wawensas, der selbst zum Gerichtstermin nicht erschienen war. Wawensas dankte allen, die erfolgreich dafür gekämpft haben, dass Solidarność heute zum zweiten Mal registriert wurde. Er forderte alle Mitglieder und Sympathisanten auf, schnell an die Arbeit zu gehen und den bevorstehenden Wahlkampf zu organisieren. Nach sieben Jahren Untergrundarbeit steht Solidarność die Bewährungsprobe in den Betrieben allerdings noch bevor. Wie viele Millionen sie hinter sich bringt, wagte heute niemand zu schätzen. Zwei 18-jährige Lehrlinge aus der DDR haben heute versucht, durch die Spree nach West-Berlin zu flüchten. Einer der beiden jungen Männer erreichte das westliche Ufer in der Nähe des Reichstagsgebäudes unverletzt. Sein Begleiter, dessen Schicksal einige Zeit unklar war, ist von einem Ostberliner Patrouillenboot abgefangen worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017